Kannst du mir jetzt gleich mal meinen Rotating Gizmo wiedergeben? Ja. Dann komm her zu mir. Ich bin hier genau am spawnen. Was ist das Zeug dann? Rotating Gizmo? Rotating Gizmo. Hä? Wie will ich denn aus wieviel ich davon droppen will? Drop und dann kannst du es auswählen. Drop? Nee, ich kann nichts eintippen. Kannst du den Schieber hin und her schieben. Was für ein Schieber? Ach, ein Schieber. Da unten ist ein Schieber. Alter, das sieht man so gut wie überhaupt nicht. Eieieiei. Schön. Ich geh auf Gnomesuche. Ich geh auf Cybersuche. Blümchen. Wo seid ihr? Wierge. 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 Auch wenn du mein Schieber. Wierge. 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 Hier sind Survivor und ein Quest. Hast du es gekriegt? Was? Die Medical Supplies. Nein. Dann sind hier auf jeden Fall welche. Das ist schon wieder. Ja und hier sind die Zweiten. Supplies. Die Zweiten was? Supplies! Ja, Supplies. Ja, das Ding ja eh mal einen Haufen davon in der Gegend rum. Oh, wie meine gerade meinte. Oh, er muss gehen. Oh, ich bin dann auf dem Auto. Furchtbar. Ernsthaft, der wird wieder eng. Scheiß. Ah, da ist der Ernst. Ah, da habe ich es jetzt mal wollen. Oh nein, hier ist so ein A-V-Survivor. Oh nein. Da musst du klug. Das ist so ein komisches Encampment. Dann mach es. Gerade dabei. Yay. Success. Was ist hier unter mir? Immer wieder so ein geheimer Keller. Und halt nicht. Ah. Hier ist es. Ah, nein, es ist auch so eine A-V-Duse. Oh, ha, ha, ha. Natürlich will er einen Med-Kill. Was denn auch sonst? Das andere wäre ja viel zu einfach gewesen. Wie viele gibt es denn hier? Ja? Wie viele gibt es denn hier? Für viele. Zu viele, die ein Med-Kill wollen. Alter, schau. Hey, diese großen Plümer-Typen haben irgendwie so ein menschliches Gesicht auf dem Hinterkopf. Ich will jetzt erst auf. Ja. Was voll wirklich menschlich aussieht. Ich weiß. Als hätten sie einfach so ein reelles Foto draufgepappt. Ja, genau. Vielleicht ist es ja einer von den Defs oder so. Ich weiß nicht, ob heute keine Garten zu mehr gibt es doch nicht. Ich kann da nicht rum. Ich kann da nicht rum. Ich kann da nicht rum. los. Ich kann da nicht rum. Ich kann da nicht rum. Ich kann da nicht rum. Und wenn man auch rechts von dir... Westlich von dir, das System mit dem Med-Kit. Gleich. Und dann gefällt er nicht mehr. So, äh, was? Da hinten? Ah, da ist es. Ja. Hm? Wegen mal ein bisschen probar, was wir übersehen haben. Wieso? Guck mal, da fehlen noch übelst. Hast man das gleich Stück oder so, glaube ich. Ja, denn hier oben kann ich jetzt abgeben. Und dann kannst du da unten das eine Medkid holen, das gibt dann nochmal einen. Wo ist da unten noch ein Medkid? Ach ja, das ist direkt unter dir, das kannst du zu holen. Wolltest du gerade zu einem Survivor gehen? Ich geh lieber nochmal am Rand lang und suche nach weiteren Survivoren. Oh, ich hab grad wieder richtig krass low FPS. Low FPS? Jetzt. Ich will. Okay. 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 So, bitte schön. Und den da hinten noch. Und den da hinten noch. Yay. Warum haben die jetzt nicht dazu gezählt? Haben sie doch. Waren wir eben bei 4? Ne, wir waren eben schon bei 6 oder nicht? Ne. Und den da hinten. Ja, ja, ja. Hier ist wieder ein Abi, hier ist bestimmt ein Ding drauf, oder? Ja. Ich gehe lieber in die andere Richtung, nicht zu mir runter. Rechts am Rand waren wir noch nicht. Ja, rechts unten, ich gehe mal rein. Ja, rechts unten, ich gehe mal rein. Das ist ja mein Gold. Trotzdem unten, rechts. Ja. Ja. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ich weiß, vielleicht gibt es auf jeden Fall noch so einen Ultra-Secret-Zweiger, den wir nie finden. Klar. Der nicht dazu zählt, sondern nur so halb. Auf jeden Fall. Ah, ganz weg. Yay. Du hast schon mal rentiert, hier runter zu gehen. Nur noch einer. Einer. Easy does it. Hmm. Come and get it. Okay. 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 zwischen den 3rans BUILAN-NDS oder coin-NDS haben. auch nicht mehr. Aber der小le-Eiterpunkt werdeılver alle ewig Forgive das immer gibt. Dann wäre es zu einfach Keine Ahnung, dass man wenigstens fertig ist Warum fehlen da ein Stück Wand von dem Haus? Ja, weil ich jetzt irgendwann nicht kaputt gemacht Ich kann es nicht glauben, das war fast alle Fast alle, Tobi Victory! Victory! Aargh! Yay! Gucken wir mal, ob das noch was Sinnvolles aus der Kiste rauskommt. Ja! Uh, drei Quests! Uh! Noch mehr Kismus! Wir haben auch wenig genug davon. Eken! Gute V-Coins und Fonder-Coins. Eine Centrifuge! Oh, haben wir das Graf zu gefallen! Yay! Weapons-grade Botanicals. Just as I suspected. Here you go, Commander. One updated Health Station Schematic. And a free sample Health Station to get you started. Yay! You lost kids. Um. Das war's wieder. Was ist denn hier die Sachen kaputt? Was ist denn los? Nichts sagen, aber meine Base ist far superior. Könnt du da liegen, weil du gerade einen Arsch vom Ressort da reingesteckt hast, du Affe. Den da hinten hinstellt. Ja man. Ups. Ups. Hat hier irgendwelche random Steinplatten upgradeet. Seitdem ihr Ressorten gibst, kann ich upgraden. Ja man. Fuck, jetzt komm ich schon mal hoch. Eine Wand kostet 20 für das erste und 40 für das zweite. Da hat wieder was. Was soll denn das bezahlen da? Uh. Wenn du ein kleines Kröpfchen hinmach. Efficient. Hässlich. Fuck you. Ich hab dir sogar ein Dach draufgestellt, weil ich so nett bin. Bei den letzten Ressourcen hatte. Nice. Kann losgehen. Ich glaube schnell. Auch ein fancy Zeug. Und langweiler. Dann fangen wir an. Das Searching for help. Hä? Hast du den Haken reingemacht, dass wir nach anderen Leuten suchen. Nein. Eigentlich nicht. Warte. Ich brech's nochmal ab. Offensichtlich schon. Äh. Ich kann's nicht abbrechen. Was? Ich kann's nicht abbrechen an der Konzone. So. Ist aber ausgegraut. Oh nein. Versteck mich einfach hier unten und warte bis es fertig ist. Vielleicht kommt hier auch keiner rein. Wer weiß. Ja. Ich hab so ein großes Announcement mit dem Global Shit. Achtung. Achtung. Achtung an alle. Dieser Spieler schafft es nicht, eine frühe Mission zu bestehen. Bitte helft ihm. So sieht's aus, ey. Ja. Random einfach so ein Ding upgradet hat. Ja. Jetzt sieht's doch schlecht aus. Ja. Junge. Hm. Aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Diese coolen dunklen Steine. Ja. Voll fancy. Voll fancy. Yeah. Das war preisender. Wow. Let's go. Von wo? Von der Süden? Von der Süden. Von der Süden. Von der Süden. Von der Süden. Auf بال. Von der Süden. Ich frag mich wann die ersten Wipes kommen. Let's go. Oh der heißt Respekt. Taker, diese Kücher. Taker? Taker. Ich habe nämlich gerade Träder von denen bekommen. Oh nein! Die nächste Klasse schon, die du noch nicht hast. Warum das dann? Weil ich ja die Spiel-Defense ja schon gemacht habe. Achso, ja. Aber macht ja nix, dann meistens eh mehr als genug. Häng dich mal an und level dein cooles Schwert mal auf 5. Ich will auch so eins. Ja, erstmal will ich den Legendär haben. Ja, mein ich doch. Dann kann man weiterreden. So ein Fitter durchlatscht. Die andere wird das mit der Stripe da drauf schließen. Absolut keinen Damage macht. Ich glaube ich auch das billigste Sniper, das ich irgendwie gefunden habe. Ich glaube. Ich glaube ich auch das billigste Sniper, das ich irgendwie gefunden habe. Oh, keine schockierte Mädchen. Aua. Bitch. Hast du die Data jetzt auch bekommen? Ah, das war ein Smasher, stimmt. Das war ja... Ja. We have a break in the action. We have a break in the action. In the action. In the action. We have a attack from the west. Was ist die action? Was ist die action? Ich will ja hier innen rum gehen, weil ich leider keinen Double Jump habe. Oh nein. Weil du deine Base nicht Double Jump gerecht gebaut hast. Ja man. Das werde ich erstmal anklagen vom Hausbesgericht. Ja klar. Ich fühle mich in meinen Bedürfnissen nicht ausreichend Bedürfnis. 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 Ja. Wow. Abfall. Hier wurden Spikes, von denen ich vorhin 20 gecraftet habe. Nice. Das fort ist falling. Was ist so viel von diesen abartigen Laserdingern her? Das waren die, die ich vorhin gecraftet habe, um die Medaille hochzutreiben. Du kraft die blaue auch noch. Ja. Alter. Na ja, uns haben ja noch ein paar Punkte gefehlt gehabt, ja. Also wenn schon, dann schon. Mhm. Da nehm ich so ein bisschen an, ähm, ich hab letztens mit meinem Bruder Exile gespielt für Arma. Oh. Dass er quasi so ein bisschen wie Daisy ist, ne? Mhm. Und wir irgendwie, ähm, aber es sind keine Zombies oder so drauf. Es ist halt wirklich nur Spieler gegen Spieler. Zumindest hab ich das so in Erfahrung gebracht. Okay. Und da waren wir irgendwie auf so einem, auf so einem Airfield. In so einem Gebäude drin. Und ich hab da halt so ein richtig, richtig fettes, schweres Maschinengewehr gefunden. An so ein stationäres mit so einem Bypod, wo du hinten mounten kannst. Okay. Und dann waren wir halt da. Und dann hab ich halt gehört, dass Leute kommen. Dann hab ich mich halt, hab ich mich halt postiert. Hab da den Bypod gemountet. Hab angefangen, hab da zu ballern. Dann hat sich das einfach so richtig zerlegt. Das macht auch Spaß. Können wir eigentlich auch mal spielen. Ja. Auch Videos mal machen. Und auf dem YouTubes stellen. Auf dem YouTubes. Das ist okay. Das ist ja jetzt mit dem da vorne verteidigen. Yay. Was ist das hier drüben irgendwo? Ich verstehe hier auf der Seite komplett ignoriert er. Was? Da sind übrigens vier an deiner Base hinten. Was? Ja. Was hast du denn? Lass mich auf deiner Seite auf. Doch, aber die laufen hier teilweise ganz unten vorbei, wo ich sie nicht sehe. Gut, ich steh mich nach unten hin, damit wir vorbeilaufen können. Das wäre sehr freundlich, ja. Wir sind ja echt hochgelaufen gekommen wie in so einer Schießgalerie. Wir sind ja nach dem anderen. Ja. Ja. Wird gut so, ja? Mhm. Wir sind ja hochgelaufen. Das ist ja ruhig doch ein Werfer. We have a break in the action. Yay. Schon wieder von der... Super. Aber wenigstens wird er oben angegriffen. Von da hinten irgendwo. Ja, da oben wird wieder angegriffen. Oh, die andere Stelle war besser. Jetzt alle so schön von da unten hochgelatscht gekommen. Ja, man. Da habe ich literally nicht meine Macht bewegen müssen. Das sind doch gar keine Geräusche. Ich habe so eine Kiste runtergeholt. Ja. 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 Dann hat es so ein Fertzack durchgelaufen. Ich muss sagen, ich finde es momentan sehr schwer einzuschätzen, ob wir overpowered sind oder nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Meinst du? Ich meine, okay, wir haben jetzt eine Energy von 20 und das sind neuner Viecher. Also ja, okay, wir sind doppelt so hoch wie die Viecher. Ja. Ich habe mal den Ahas eingesammelt. Ich habe die Quest geschafft. Zwei, gehe ich mir. Ja. 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 Vi lade das. mehr skillpunkte du hast nur einen ja nur einen stell dir vor wenn man fürs nichts tun nur fürs gewinnen so viele punkte kriegt das nichts tun und vorhin mit zwei mit zwei platinmedaillen haben wir es nur eins höher geschafft was ist das für ein betrug die kamen jeweils mit so zwei von diesen kleinen Rackets manchmal spricht sich ungeil ja Definitely earned it.